Rheuma und Arthrose sind mittlerweile die häufigsten Zivilisationskrankheiten und auch in Deutschland sind nicht nur ältere Menschen ab 65 davon betroffen, mittlerweile trifft es auch die Jüngeren unter uns. Warum das so ist, was Rheuma und Arthrose sind und was wir selber dagegen tun können, darüber spreche ich heute mit dem Ethnomediziner Dr. Ingfried Hobart. Lieber Ingfried, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne, lieber Klaas. Ja, ich sagte es ja, Rheuma und Arthrose betrifft immer mehr Menschen. Vielleicht zum Einstieg einmal so ein bisschen zur Begriffsbestimmung. Was verstehen wir unter Rheuma und Arthrose und wo kommt das dann tatsächlich her? Ja, es ist eine Erkrankung, die auf der einen Seite beruht auf einer Abnutzung von Gelenksubstanz und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Entzündungsprozess, der sich am Gelenkknorpel abspielt, rund um das Gelenk herum und bis in die Sehnen und Muskelstrukturen übergeht, in die Faszien. Und hier ist durch Übersäuerung, durch Fehlernährung kommt es hier dann zu Autoimmunreaktionen, die dann Stück für Stück das Gewebe anfressen und zunehmend auch zerfressen. Jetzt haben wir in unserem Körper ganz, ganz viele Gelenke. Welches sind denn deiner praktischen Erfahrung nach denn die Gelenke, die am häufigsten betroffen sind und unter denen die Menschen am häufigsten leiden? Also am häufigsten sind es doch die Fingergelenke, das heißt eine Morgensteifigkeit in den Gelenken, man hat das Gefühl, sie sind wie eingeröstet, man kriegt sie so gar nicht in Bewegung, die Finger sind sehr kalt, das ist so das Häufigste. Und an zweiter Stelle kommt dann natürlich der Verschleiß an den Gelenken, die auch häufig durch Übergewicht sehr stark belastet sind, das ist dann die Hüfte und sind die Knie. Da spielt sich im Prinzip das meiste ab, Handgelenke, Hüfte und Knie. Und die Symptome selber, du sagtest gerade so eine gewisse Morgensteifigkeit, aber ich kenne das selber auch, dass ja auch da gewisse Schwellungen da ja auch eben dazu gehören, das macht sich dann ja auch bemerkbar, oder? Ja, also die klassischen Symptome sind natürlich neben der Bewegungseinschränkung, dann der zunehmend schmerzhaften Bewegungseinschränkung, dann häufig auch eine Schwellung der Gelenke, eine Rötung, eine Überwärmung, das sind Zeichen, dass hier aktive Umbauprozesse stattfinden, Autoimmunreaktionen, der Körper also gegen sich selbst arbeitet, es brennt sozusagen im System. Wir können uns das hier auf einem Bild mal angucken, es sind sozusagen schleichende Autoimmunfeuer, die hier ablaufen und dann zum Bild der Arthritis, unten sieht man das ganz gut führen und diese Seite wird dann auch natürlich dann als rheumatische Arthritis bezeichnet und das geht dann über einen zunehmenden Verschleiß durch die Entzündung und dann eben zum Verlust von Gelenksubstanz. Also hier sieht man nochmal, wie also eine Verdickung der Kapsel durch diese Entzündung entsteht, wie sich Knorpel aufbraucht und dann das Knorpelgewebe zunehmend zerstört wird und die Osteophyten dann überfordert sind, da entsprechend zu reparieren und dann einzelne Knorpelfragmente, die dann frei im Gelenkraum rumschwimmen, die tun dann extra nochmal Reizen und natürlich auch Schmerzen erzeugen. Und wir gucken, wie kommt es jetzt zu den Entzündungen. Da haben wir eine Vielzahl von Faktoren, denen wir ausgesetzt sind und das sind die Umweltgifte, das sind die Weichmacher, die Schwermetalle, die Pestizide, die Kunststoffe. Aber wenn man es genau nimmt, ist es letztendlich doch die Überlastung der Gelenke und die deutliche Fehlernährung, die wir in den westlichen Ländern ja haben, die sich jetzt auf die ganze Welt ja eigentlich ausbreitet und der Stress. Beides ruft zu solchen Übersäuerungsreaktionen, führt zu solchen Übersäuerungsreaktionen, die wir dann im System finden, die die Blutwerte verändern und das Ganze nennen wir dann oxidativen oder nitrosativen Stress. Das heißt, wir haben einen Entzündungsdruck, der auf den Gelenken lastet und der dann auch messbar ist über die einzelnen Blutwerte und die entsprechenden Marker, die uns zeigen, wie stark diese Entzündung im System ist. Ja, jetzt hattest du gerade in der vorletzten Folie auch gezeigt, wie das tatsächlich dann skizzenhaft aussieht, also wie der Knorpel geschädigt wird bzw. verbraucht wird, sich verbraucht. Wie lange dauert das ungefähr, bis tatsächlich solche Schäden entstehen, also wir dann tatsächlich diese Symptome auch dann spüren, lässt sich das in einer Zeitspanne ausdrücken, wie lange diese Degeneration, dieser Verbrauch, dieser Verschleiß vonstatten geht? Ja, man kann es wie ein Feuer sehen, ein Entzündungsfeuer, ein Schwellbrand, der kann eben sehr langsam, sehr subtil verlaufen, aber wenn man das Feuer anheizt durch Stress, durch Nahrungsmittel, die das Feuer anheizen, Zucker, Transfettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, das ist so, als würde man Benzin ins Feuer gießen und dann läuft dieser Prozess natürlich sehr viel schneller ab. Man spricht hier von Zytokinstürmen, die das System dann erfassen und ein sogenannter TNF-Alpha-Wert, der zeigt, wie stark dieser Entzündungsprozess ist, das ist in gewisser Weise der Bösewicht, wenn man so möchte, der führt zu erhöhtem Muskelabbau, der führt zu der Zerstörung, zu der Dysfunktion der einzelnen Zellen, baut Knochen ab. Also es geht darum, diesen Entzündungsfeuer zu bekämpfen und ein anderes Wort für Entzündungsfeuer ist, wenn man das ganz einfach ausdrückt, dieser TNF-Alpha-Wert, den man eben über Blutuntersuchung dann bestimmen kann. Und dann kann man herausfinden, welche Naturheilmittel oder welche Medizin überhaupt ist in der Lage, diesen TNF-Alpha-Wert, in Klammern das Entzündungsfeuer, zu senken. So kann man eben auch Blut einsenden von einem Patienten ganz individuell und kann schauen, welches Mittel hilft genau bei diesem Patienten am meisten, auf welches Mittel spricht dieses Entzündungsfeuer am meisten an, welches Löschmittel ist am meisten geeignet, jetzt hier beruhigend auf das System eben Einfluss zu nehmen, weil eben dieser TNF-Alpha-Wert so unglaublich viele Entzündungsauswirkungen hat, die ja dann auch weitergehen über Depressionen, Schlafstörungen, Atherosklerose, so ein inneres Ausmergeln. Also dieser Entzündungswert geht nicht nur auf die Gelenke, sondern spiegelt sich in verschiedenen Körperfunktionen wieder und so ist es eben spannend zu schauen, wie können wir diesen, dieses Entzündungsfeuer, diesen TNF-Alpha-Wert senken. Okay, also wir merken uns mal den Begriff TNF-Alpha als Entzündungsmarker, als deutlichen Hinweis eben auf diese Entzündungsprozesse. Du hast gerade immer wieder von der Ernährung auch gesprochen. Also tatsächlich haben wir es ja eben mit dem, was wir tagtäglich zu uns nehmen, haben wir es ja selber eben direkt in der Hand zu bestimmen, wie unser TNF-Alpha-Wert tatsächlich ist. Absolut. Also wir haben Nahrungsmittel, die ganz klar entzündungseindämmend sind und wir haben Nahrungsmittel, die entzündungsfördernd sind. Das sind natürlich alle die, die eben für den Körper ungewohnt sind, die eine Herausforderung darstellen, weil sie eben industriell, chemisch aufgearbeitet sind. Das sind also alle so diese Fertigmittel, die man kaufen kann und natürlich die Süßigkeiten, die Chips. All das sind richtig, als würde man Benzin ins Feuer gießen. Genauso Zucker, Transfettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, aber auch Fleisch aus der Massentierhaltung mit den ganzen Antibiotika, diesen ganzen Chemikalien und Hormonen, die da drin sind. Dann haben wir das Gluten im Brot. Wir haben die Milch mit dem Casein und der Laktose. Also all das, wo man ja weiß, dass es den Körper entsprechend angreift, kann man sagen, das sind Dinge, die solche Autoimmunfeuer eben anheizen. Auf der anderen Seite haben wir all die Nahrungsmittel, die jetzt löschend wirken. Das sind die Carotinoide, die wir jetzt haben, in Tomaten, in Karotten, in Spinat, Grünkohl, in den Blattsalaten. Das sind die Glucosinolate, die wir im Kohlgemüse, in der Kresse, im Meerrettich haben. Die Phytoöstrogen im Vollkornbrot, in den Sojabohnen, im Leinsamen. Dann Flavonoide in verschiedenen Obstsorten, gerade in den Beeren. Dann die Saponine in Bohnen, Linse und Haferflocken. Sulfide in Knoblauch und Zwiebeln. Die Phytosterine in Nüssen, vor allem die Walnüsse sind hier zu nennen. Die Antizyanidide, die eben gerade in den roten und blauen Beeren besonders stark vorhanden sind. Also all das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die wir als Nahrung direkt zu uns nehmen können. Oder als Hochdosis Naturmedizin in Form von extrem hochdosierten Extrakten. Also Auszügen aus diesen sekundären Pflanzenstoffen, die so hoch konzentriert sind, dass man sie in Kapselform geben kann. Und sie einen hohen Effekt haben auf das Löschen der Entzündung. Hier sieht man nochmal diese ganzen Polyphenole, aber auch Dinge wie Zink und Selen, wie das Q10, verschiedene Enzyme, Vitamine. All das sind Antioxidantien, die im System sozusagen das Feuer löschen, radikale Einfangen und damit feuerlöschende Aspekte haben. Also wir können dann direkt eben mit der richtigen Ernährung, mit der richtigen Ernährungsweise eben diese Entzündungsfeuer, diese, du sprichst ja auch von Schwelbränden, können wir eben damit tatsächlich auch eben löschen mit der richtigen Ernährung. Welche Rolle spielt dann tatsächlich dann nochmal das Übergewicht? Also wie hängen Übergewicht und Arthrose und Rheuma denn genau zusammen? Ja, in zweierlei Formen. Auf der einen Seite ist das Übergewicht löst einen ständigen Druck auf, die Reibung an der Gelenkfläche ist natürlich viel größer. Und stell dir vor, du müsstest jetzt 100 Kilo, 120, 150 Kilo wären auf deinem Gelenk drauf, aber dein System ist nur gebaut für 65, für 70 Kilo und du hast doppelt oder dreimal so viel Gewicht auf diesem Gelenk. Das nutzt sich dann eben ruckzuck ab und da ist natürlich die Gewichtsabnahme ist das aller, allererste Mittel. Vorher darf man gar keine Chemie einsetzen. Das ist aus meiner Sicht ein ärztlicher Kunstfehler, wenn ein stark übergewichtiger Patient Schmerz- oder Rheumamittel bekommt, bevor er nicht seine Ernährung umgestellt hat, regelmäßige Fastenkuren macht. Das ist einfach völlig klar. Das ist so, als würde man einem Raucher schleimlösende Medikamente geben, statt ihn aufzufordern, mit dem Rauchen sofort aufzuhören. Also hier müssen wir aussteigen aus den Spielen. Entweder will jemand gesund werden und dann müssen wir ihn auch inspirieren, motivieren, etwas dafür zu tun oder lässt es bleiben, dann braucht er aber auch keine Medizin dafür einnehmen. Denn die Medizin hat ja riesige ökologische Kollateralschäden und das muss man der Umwelt und der Gesellschaft ja nicht antun, dass man das nur aus Spielereien nimmt, solche Mittel, wo man gar nicht gesund werden will. Und hier wählen wir sehr sorgfältig aus und gerade auch in meiner Praxis am Stein oder mehr nehmen wir auch nur solche Patienten an, die für sich die Entscheidung getroffen haben, gesund werden zu wollen und die unterstützen wir dann auch nach bestem Wissen und Gewissen. Du sprachst ja gerade auch darüber, dass ja auch mit ganz natürlichen Substanzen, mit Kräutern, mit Wurzeln, also mit Naturheilkunde hochdosiert, es ja eben auch möglich ist, diese Entzündungsfeuer einzudämmen oder sogar zu löschen. Gib uns da doch mal ein konkretes Beispiel und da würde mich natürlich auch interessieren, gibt es dazu auch Zahlen, wie stark oder wie gut kann man das dann tatsächlich auch nachvollziehen und sogar messen? Ja, Sie sehen jetzt hier zum Beispiel am Thema Weihrauch, wir könnten auch das Thema Kurkuma nehmen, Ingwer, Schwarzkümmel, Mürre, aber Weihrauch sei jetzt hier mal genommen. Wir einfach mal schauen, was macht jetzt so ein Weihrauch-Extrakt, ein hochdosiertes Weihrauch-Extrakt und da sehen wir, es dämmt zunächst erstmal die Entzündungsreaktionen ein, wirkt also feuerlöschend. Dann haben wir eine schützende Wirkung auf den Gelenkknorpel, auf die Gelenkknorpelzellen, die mitten im Gelenk sind und dann haben wir die Knorpelsubstanz, die in sich auch unterstützt wird im Aufbau neuer Knorpelsubstanz, also Schutz und Neuaufbau, Regeneration und Neubildung. Das ist hier etwas, was angeregt wird und da sind im Mittelpunkt natürlich Kurkuma, Weihrauch, Mürre, Kapuzinerkresse, wie wir eben gesehen haben. Also wir haben eine Vielzahl von hochdosierten Heilpflanzenextrakten, die uns hier helfen können. Und welche wir auswählen, das entscheidet jetzt ein TFA-Alpha-Hemm-Test, der, wo wir bestimmen, welche Naturheilmittel die stärkste entzündungseinnähmende Wirkung haben. Das heißt, wir können Blut einschicken, mit dem Ziel zu schauen, wie hoch ist dieser TNF-Alpha-Wert und wie stark lässt er sich bei diesem Patienten senken und auf welches Naturheilmittel spricht dieser Patient am besten an. Und um das Ganze valide und wissenschaftlich auch standardisiert, direkt sagen zu können, wird es immer mit Kortison verglichen. Denn wir wissen, Kortison ist der stärkste Feuerlöscher, der stärkste entzündungseinnähmende Mittel. Und da sehen wir hier, wenn dann so ein Ergebnis kommt, da sehen wir in diesem Fall, dass Prednisolon ganz unten diesen Entzündungswert um 91% runterbringt. Aber Kortison wollen wir nicht wegen der ganzen Kollateralschäden und Nebenwirkungen. Und wenn wir uns jetzt in der Mitte die wichtigsten Mittel angucken, dann sehen wir, dass Kurkumin, also reines Kurkumin, in der Form als Infusion gegeben, in der Lage ist, den TNF-Alpha-Wert um 73% zu senken. Also unverschallig nah schon an das Kortison rankommt. Selbst Vitamin C kommt auf 67%, Resveratol auf 61%, Bromelain aus der Ananas auf 49% und hier ganz oben ein Inflamenkomplex, der jetzt in dieser Weise als Kapsel gegeben wird, nicht als Infusion, sondern als Kapsel, der kommt auf 53%. Das heißt, wir können 53% der Kortisonwirkung können wir erreichen durch so eine Inflamen, also eine entzündungseindämmende Rezeptur, wo all die Pflanzen, all die Heilpflanzen, die Entzündungen eindämmen, hier zusammengefasst sind. Und das ist schon sehr besonders und gibt uns die Möglichkeit, hier Therapien sehr, sehr gezielt einzusetzen, damit wir für den Patienten wirklich das individuell Beste auswählen, um seine Rheumaerkrankung, seine Colitis, seinen Krebs oder was auch immer die Entzündung jetzt ausgelöst hat, um das senken zu können. Also das finde ich wirklich unheimlich spannend, lieber Ingfried. Also du sagst eben diese ganzen Zivilisationskrankheiten, also Entzündungskrankheiten, die eben in unserem Körper eben die verschiedensten Symptome eben ausmachen oder bewirken auch, die kann ich erstens eben mit diesem TNF-Alpha messen, also eben diesen Entzündungsmarker und ich kann auch gleichzeitig im Labor auch sehen über die Blutwerte, womit, mit welchen Naturheilmitteln kann ich tatsächlich eine Wirkung erzielen, die eben dem Cortisol nahekommt beziehungsweise ich kann es tatsächlich messen und ganz, ganz wichtig, ich habe eben nicht diese krassen Nebenwirkungen vom Cortison, wenn ich das tatsächlich dann einnehme, sondern ich kann eben mit Naturheilmitteln und das ist nicht Prinzip Hoffnung, kann ich ganz genau eben hochdosiert eben diese Entzündungsfeuer auch tatsächlich dann bekämpfen und löschen. Genauso. Ja, das ist natürlich eine super Nachricht für alle jene, die eben gerade eben mit diesen Zivilisationskrankheiten eben zu kämpfen haben. Ja, was, gib uns da vielleicht nochmal einen Einblick in diese Schatzkiste der Naturheilmittel, was gibt es da noch an Verfahren, um eben diese Entzündungsfeuer effektiv und möglichst ohne Nebenwirkungen zu bekämpfen? Also wichtig ist nochmal zu verstehen, es sind Entzündungsfeuer, diese Entzündungsfeuer, diese Zytokinstürme, wie man sie auch nennt, sind vor allem durch Polyphenole, also durch die Inhaltsstoffe in den einzelnen Pflanzen einzudämmen, zu löschen. Und das ist inzwischen genau erklärt. Wir wissen genau, wie diese entsprechenden Zytokine heißen, wir wissen, was sie machen, wir wissen, wie sie Muskelschäden verhindern können, wie sie die Medochionten, unsere Kraftwerke, Zellkraftwerke schützen können und wie wir zu einer verbesserten Regeneration und damit zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit wiederfinden können auf allen Ebenen. Also die Mechanismen sind bekannt, genauso wie wir auch wissen, dass die Entzündungsfeuer im Darm ihren Anfang nehmen, wo also Stress, die Gifte, Nebenwirkungen von Medikamenten, eine schützende Darmflora-Schicht zerstören und dann durch die Darmebizidänen durchbringen und dann unten diese Autoimmunentzündung auslösen. Also Autoimmunentzündungen, die entstehen, weil Giftstoffe aus dem Darm ins Blut kommen, hier entsprechend als Feinde erkannt werden, der Körper bildet Antikörper, da das aber jetzt jeden Tag und permanent immer wieder passiert, werden immer mehr Antikörper gebildet und der Körper arbeitet jetzt im Prinzip gegen sich selbst und so ein Autoimmunfeuer breitet sich dann Stück für Stück über das System aus und kann dann an verschiedenen Gelenken eben zum Ausdruck kommen, wie gesagt, das häufigste eben Hüfte, Finger und Kniegelenke, da geht das meistens los, die Kraftlosigkeit, die Erschöpfung, die steifen, geschwollenen, warmen, schmerzenden Gelenke, die sind eben Ausdruck dieser Entzündung und in der Langfristfolge wird aus der Entzündung und dann eben auch die Arthrose. Bevor du da nochmal auf diese Bilder gleich nochmal eingehst, vielleicht nochmal kurz zwei Folien da zurück, ich finde das tatsächlich unheimlich faszinierend, du hast es ja gerade eben auch dargestellt, welche unterschiedlichen Faktoren eben auch dazu beitragen, genau, jetzt noch eben ein weiterer auf die Darmwand auch nochmal das veranschaulicht, wie ich finde, sehr gut auch eben für einen Laien, welche Symptome eigentlich dafür verantwortlich sind und um sich das nochmal in Ruhe anzuschauen, dafür wollten wir das ja auch nochmal als kleinen Foliensatz, als Handout nochmal dann zur Verfügung stellen. Ja, absolut, es ist wichtig, diese Dinge sich anzuschauen und es ist natürlich wichtig, auch zu verstehen, wie Fehlbelastungen natürlich auch zu Entzündungen führen können und ich empfehle Menschen mit Arthrose, mit rheumatischen Beschwerden immer auf einem Laufband den Druck testen zu lassen, der unterschiedlich auf dem Körper lastet, also man kann hier mit modernen Untersuchungen genau sehen, ob Fehlbelastungen stattfinden, das wird über den Computer gemessen und dann sieht man, ob das Hüftgelenk schief steht, ob vielleicht ein Bein mehr belastet wird als das andere und da sieht man dann tatsächlich, dass hier dann genau der Druck auch gemessen wird, der bei jedem Schritt auf dem Hüft- oder Kniegelenk liegt und dann kann man entweder durch osteopathische schiropraktische Übungen hier die Dinge einrenken oder wenn das nicht geht, dann eben mit Einlagen arbeiten, sodass in der Schrittfolge die Gelenke auf beiden Seiten genau eben auch gleichmäßig sind und das ist einfach super wichtig, dass man hier ein Fortschreiten durch Fehlbelastung vermeidet. Ja, also du gehst da tatsächlich bei dir in deiner Praxis auch tatsächlich ganzheitlich eben ran, betrachtest eben nicht nur eben jetzt TNF-Alpha im Vollblut, sondern schaust eben tatsächlich auch darauf beziehungsweise leitest deine Patienten eben dazu an, das Thema Ernährung anzugehen, falls sie wirklich übergewichtig sind, auf die Körperhaltung eben auch zu achten, also wirklich ja tatsächlich ganzheitlich, um dem Patienten eben zu helfen dann. Absolut, also so eine ganzheitliche Betrachtungsweise ist immer wichtig, es geht um Wärme, um Kälteanwendung, es geht um die Chiropraktik, um die Osteopathie, super wichtig, es geht um die Kieferstellung, die Auswirkungen auf das gesamte Körpersystem haben können, also auf die Zahnreihen, man muss gucken, wie weit kann man den Patienten mit orthopädischen Hilfsmitteln versorgen und dann kann man natürlich gucken, auch mit Akupunktur auf das Stressnervensystem, auf die Stressintegration Einfluss zu nehmen, mit chinesischen Kräutern, nicht, wir können Muskel- und Gelenkaufbautraining natürlich machen, regelmäßige Kräftigungsübungen, nicht, wir können dann natürlich auch durch Fastenkuren, Gewichtsmanagement Ernährungsumstellung zu Rahmenbedingungen kommen oder Rahmenbedingungen schaffen, unter denen dann selbst Heilungs- und Selbstregenerationsprozesse besser gelingen können. Wenn wir dann aber gucken, was können wir jetzt ganz aktiv noch tun, außer diesen Rahmenbedingungen aktiv tun, mit Naturmedizin, so steht im Mittelpunkt immer den Omega-3 Spiegel zu messen, den Omega-3 Index, den kann man inzwischen über einen Trockenbluttest messen lassen und wenn dieser Omega-3 Index, der muss über 8 sein im Blut, also 8% des roten Blutkörperchens müssen aus diesen Omega-3 Fettsäuren bestehen, also EPA-DHA-Fettsäuren, die man nur durch Algenöl zuführen kann. Hier ist also ganz wichtig, keine Experimente mit Leinöl zu machen oder therapeutischen Gesichtspunkten, sondern wirklich Algenöl, auch nicht in Kapseln, sondern immer als Öl einzunehmen. In diesem Fall bietet sich ja an, auch ein Eigenöl mit Kurkuma gleich zu kombinieren, Omega-3 Plus. Und dann können wir natürlich weitergehen, wie können wir mit Antioxidantien, hatte ich ja eben schon auf dem Bild gezeigt, mit Antioxidantien das System stärken, wie können wir mit den Heilpflanzen aus der arabischen Wüstenmedizin, allen voran Kurkuma, Weihrauch, Mürre, Brennnessel-Extrakt, Ingwer, auch hier gibt es mit diesem Inflamenkomplex eine gute Rezeptur, die sinnvoll einzusetzen ist. Da müssen wir natürlich gucken, dass der Vitamin-D-Spiegel über 60 ist, ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir mit Enzymen die Schwellungen abbauen, Enzymkraft mit Promelain, Papain. Und dann eine ganz wichtige Sache, die immer wieder vergessen wird, es geht ja um Kollagen-Bindegewebstrukturen, die sowohl am Gelenkknorpel als auch rund um das Gelenk aufgebaut werden. Auch hier gibt es Kollagen-Shots, die man anwenden kann. Und dann natürlich die direkten Gelenkknorpel-Aufbaumittel, das Glucosamin und Schontrothothin, das sind zwei Mittel, mit denen wir in der Lage sind, die Knorpelsubstanz zu stabilisieren. Lass mich da tatsächlich vielleicht einmal da auf den Knorpel noch mal eingehen. Du sprachst vorhin auch schon mal davon, Knorpelgewebe wieder aufzubauen. Ist es tatsächlich so, dass sich eben Knorpelgewebe unter den optimalen Bedingungen tatsächlich regenerieren lässt? Oder ist einmal verschwundenes, aufgeriebenes Knorpelgewebe für immer zerstört und für immer weg? Ja, die Studien zeigen, dass wir mit diesen beiden Mittel, mit diesen beiden Knorpelaufbaumitteln sehr, sehr deutlich hier einen Beitrag leisten können, Entzündungsprozesse einzudämmen, den Knorpel zu schützen und eine Knochenneubildung zumindest anzuregen und das ist weltweit aber inzwischen bekannt und hier kann man diese Extrakte hochdosiert einnehmen. Auch das Gründippmuschel-Extrakt sei hier erwähnt, das kann man sich auch immer gut vorstellen, diese Muschel mit diesem Zehenkörper, der den Deckel auf und zu macht, das entspricht dem Knorpelgewebe und wenn man dem Körper davon viel zur Verfügung stellt, dann ist er in der Lage, das an der richtigen Stelle auch einzubauen, einzusetzen. Und dann haben wir natürlich noch gegen die Schmerzen dann Weidenrindenextrakte, Schwefel und auch die Heilpilze sind in der Lage, Entzündungsprozesse an den Knien eben einzuschränken. Also wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, erstmal Rahmenbedingungen zu schaffen durch Ernährung, durch Entspannung, durch entsprechende Dehnungsaufbauübungen, und auf der anderen Seite mit Naturmedizin dann gezielt Entzündungsfeuer zu löschen und Knorpelneubildung anzuregen. Du sprichst ja da von Naturmedizin, da habe ich zwei Fragen. Also im Vergleich zu den klassischen pharmakologischen Behandlungsmethoden auch, würde mich da zum einen eben interessieren, also du sprichst von Hochdosis, also du sagst, wir müssen es dann schon eben im Behandlungsfall dann eben hochdosiert zu uns nehmen und dann eben jetzt im Vergleich zu der klassischen Schulmedizin, wie sieht das dann mit Nebenwirkungen dann aus? Ja, diese Knorpelaufbaumittel haben gar keine Nebenwirkungen, im Gegenteil, sie unterstützen eben die Regeneration, den Gelenkaufbau, aber auch Schmerzmittel aus der Weidenrinde oder entzündungseinnimmende Mittel aus dem Inflammkomplex oder es reicht natürlich das Eigenöl aus dem Omega-3, um jetzt die wichtigsten Mittel bei Rheuma und Arthrose zu nennen, die haben Gott sei Dank keine Nebenwirkungen. Ja, und lässt sich sagen, hängt natürlich immer von Patienten ab, aber wie lange dauert solch ein Prozess dann? Ja, in der Regel ist ein Prozess von drei Monaten und wir beobachten natürlich diesen Prozess über regelmäßige Blutabnahmen, wo wir die Entzündungsbarometer kontrollieren, denn wenn immer wir Hochdosis Naturmedizin einsetzen, sei es jetzt in Form von Kurkuma oder Weihrauchinfusionen oder in Form dieses Inflammkomplexes mit Hochdosis Kräuterextrakten, die der Patient zu Hause nehmen kann, dann beobachten wir natürlich in regelmäßigen Abständen, wie weit Entzündungswerte runtergehen und beurteilen damit eben auch den Therapieerfolg und ich bin seit 40 Jahren jetzt niedergelassen, das heißt, ich habe 40 Jahre Erfahrung, und sehe, was über die Zeit gewirkt hat, was funktioniert, was die Menschen gemeinsam haben, bei denen das Rheuma wieder weggegangen ist, bei denen sich die Arthrose wieder ausgeheilt hat und da glaube ich, kann ich sehr gut unterscheiden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich finde es sehr hoffnungsvoll, was du da sagst, gerade eben für Leute, die eben akut mit Rheumaschüben, mit schmerzhafter Arthrose auch eben zu kämpfen haben und das ist ja tatsächlich etwas, was ja auch an die Ursachen auch geht und nicht nur eben die Symptome bekämpft, wenn ich zum Orthopäden gehe und mir da eine lange dicke Schmerzspritze mit Hyaluronsäure da ins Knie jagen lasse, was ja auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung dann ist und was dann vielleicht nur ein paar Monate hält und da muss ich wieder hin, aber ich tue ja nichts in dem Sinne, dass ich meinen Körper zur Selbstheilung dann anrege. Genau, also Selbstheilung gelingt in dem Moment, wo ich zu einer natürlichen Lebensführung finde und von der Ernährungsseite das weglasse, von denen völlig klar ist, dass mein System stört, aus dem Gleichgewicht bringt, es leiden lässt und meinen Körper früher sterben lässt. Diese Dinge wegzulassen ist natürlich der allererste Schritt und dann sich eben naturgemäß all das entsprechend zu bewegen, den Körper immer wieder auch herauszufordern, durch Bewegung und Komfortzone verlassen und weil alles, was nicht gebraucht wird, bildet sich zurück und wenn wir unsere Muskeln, Sehne und Gelenke nicht regelmäßig trainieren, dann zieht sich das Gewebe zusammen und Knorpel drückt noch mehr auf Knorpel, also da muss auch durch Dehnung eine freie Beweglichkeit und eine gute Gelenkschmiere weiter aufrecht gehalten werden. Ja, jetzt hast du ja eben bei diesen Entzündungskrankheiten im biologischen Sinne von oxidativem Stress auch gesprochen und auch gezeigt, wie wichtig eben antioxidative Lebensmittel, antioxidative Ernährung ist. Welche Rolle spielt denn bei Rheuma und Arthrose denn auch ein psychischer Stress, also Stress, wie wir ihn im Alltag kennen, spielt das auch eine Rolle? Ja, also eine ganz große Rolle sogar, weil wir wissen natürlich, dass der Zeitdruck eine große stressauslösende Wirkung hat, natürlich auch die Überforderung, aber auch, wenn wir zu Dingen Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen, wo wir so innerlich im Widerstand sind mit dem, was ist und sozusagen täglich durchkämpfen müssen, das sind alles Dinge, die unser Alarmsystem, unseren Sympathikus natürlich ständig überaktiv halten und den Vagus Nervrecht unterdrücken und der Vagus ist eben nach wie vor der Koordinator sämtlicher Selbstheilungsfunktionen und wenn der am Boden liegt, weil er erdrückt wird durch einen überschießenden Sympathikus, dann kann Heilung auch nur sehr schlecht gelingen. Also ich kann auch selber über die richtigen Entspannungstechniken, Yoga, Atmung, kann ich auch selber aktiv dazu beitragen, dass eben mein Vagusnerv, dieser bekannte Selbstheilungsnerv auch eben gestärkt wird und ich darüber auch dann eben eine Stressreduktion dann erfahre. Ja, absolut. Ja, lieber Ingrid, das sind wirklich tolle, spannende Einblicke und wie ich finde, ja, ein ein bunter Strauß an vielen Möglichkeiten, wie ich selber aktiv meinen Körper bei der Selbstheilung eben bei diesen Entzündungskrankheiten wie Arthrose oder Rheuma eben unterstützen kann. Ja, ich danke dir da sehr für diese Einblicke und für jene, die sich diese Folien, die du eingeblendet hast, nochmal in Ruhe anschauen wollen, da verlinken wir eben auch nochmal dann den Download. Sehr gerne. oll ja,